Wie wird der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt? Das will ich euch in diesem Video aufzeigen und näher erläutern, aber bevor wir uns die Wahl als solche anschauen und auch betrachten, welche Rolle die Wahlmänner spielen und wie sich deren Anzahl zusammensetzt, will ich ein paar allgemeine Dinge klären, und zwar die Fragen, wer darf denn wählen und wer darf denn gewählt werden? Also schauen wir mal, wer denn das aktive und wer das passive Wahlrecht genießt. Zunächst einmal zu der Gruppe, die wählen darf, das sind alle US-Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Allerdings ist es nicht so, dass man dann einfach am Tag der Wahl zum Wahllokal gehen kann, sondern es ist nötig, sich vorher zu registrieren. Wann man sich registrieren muss, beziehungsweise bis wann, legt jeder Bundesstaat selbst fest. Da gibt es verschiedene Deadlines. Es ist auch unterschiedlich, wie diese Registrierung aussieht. Es gibt da Bundesstaaten, da braucht man einen Ausweis mit Lichtbild. Es gibt Bundesstaaten, da braucht man gar keinen Ausweis, wie beispielsweise Kalifornien. Es gibt auch so ein Zwischending, also Ausweise, bei denen aber kein Lichtbild dabei sein muss. Dann ist es so, dass auch die Art und Weise, wie man wählt, verschieden ist. In Oregon ist es so, dass man nur Briefwahl machen darf. Also da gibt es im Grunde keine Wahllokale vor Ort, wo man dann am Wahltag hingeht. In allen anderen Bundesstaaten ist das dann möglich. Und es gibt dann in 40 Bundesstaaten die Möglichkeit, auch schon vor dem eigentlichen Wahltag zu wählen. Also das sogenannte Early Voting ist in 40 Bundesstaaten möglich. Aber beispielsweise in Kentucky, Michigan und Alabama ist das dann verboten. Also wie gesagt, da unterscheiden sich die Bundesstaaten untereinander. Und wer jetzt nicht wählen darf, obwohl er US-Bürger ist, sind beispielsweise Bewohner der US-Außengebiete. Das betrifft beispielsweise Puerto Rico oder Guam. Und auch Inhaftierte dürfen nicht wählen. Und genauso wenig dürfen all jene Personen wählen, denen das Wahlrecht entzogen worden ist. Damit schauen wir mal auf das passive Wahlrecht. Wer darf denn jetzt überhaupt Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden? Dazu muss man natürlich US-Bürger sein. Mindestens das 35. Lebensjahr vollendet haben. Und hinzu kommt dann, dass man entweder auf dem Territorium der Vereinigten Staaten geboren worden sein muss. Oder dass man US-amerikanischer Abstammung ist. Und als weitere Bestimmung ist dann noch zu nennen, dass man seit mindestens 14 Jahren auf dem Staatsgebiet der USA wohnen muss. Beziehungsweise gewohnt haben muss bis zum Tag der Wahl. Was jetzt auch die Wahl selbst betrifft, gibt es eigentlich relativ genaue Regelungen. Zum Beispiel was den Wahltermin betrifft. Dazu ein kleiner Verweis. Man wählt ja als US-Bürger nicht direkt den US-Präsidenten, sondern man wählt im Grunde nur Wahlmänner in seinem Bundesstaat. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Anzahl an Wahlmänner. Und die wählen ja dann eigentlich erst den Präsidenten. Und das heißt, an dem Tag, an dem die US-Bürger wählen dürfen, wählt man das sogenannte Electoral College. Also dieses Gremium, das dann letztendlich auch den Präsidenten wählt. Die Wahl dieses Electoral College findet stets am Dienstag, nach dem ersten Montag im November statt. Also beispielsweise 2016 am 8. November. Diese gewählten Wahlmänner wählen dann 41 Tage danach den Präsidenten. Und das ist dann verklausuliert der Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember. Diese Wahlmänner treten allerdings nicht in Washington, D.C. zusammen oder an einem anderen Ort, sondern die Wahlmänner treffen sich innerhalb eines Bundesstaates. Also jeder Bundesstaat hat einen Kongress, in dem sich die Wahlmänner des jeweiligen Bundesstaates treffen und ihre Stimme abgeben. Deren Stimmen werden dann versiegelt und an den Präsidenten des Senates nach Washington, D.C. geschickt. Der Präsident des Senates ist der amtierende Vizepräsident und diese Stimmen werden dann erst am 6. Januar ausgezählt. Und dann, sofern sich eine Mehrheit gefunden hat, wird der Präsident am 20. Januar vereidigt. Noch ergänzend ist vielleicht zu nennen, dass am eigentlichen Wahltag, also an diesem Wahltag im November, nicht nur die Wahl für den US-Präsidenten stattfindet, bzw. für das Electoral College, sondern auch das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt wird und ein Drittel der Senatoren. Es gibt insgesamt 100 Senatoren, das heißt, es werden entweder 33 oder 34 Senatoren gewählt. Das heißt, es ist eigentlich ein super Wahltag, an dem es nicht nur eine Wahl gibt, sondern da wird relativ viel auf einmal verknüpft, sodass es in den USA eigentlich weniger Wahlen zwischen den Legislaturperioden gibt. Damit also ist der Wahltermin geklärt und jetzt kommen wir zu den Wahlmännern. Diese Wahlmänner sind ja diejenigen, die letztendlich den Präsidenten wählen. Und jeder Bundesstaat hat jetzt eine gewisse Anzahl an Wahlmännern, die sie stellen. Beispielsweise Kalifornien hat mit 55 die meisten, Texas mit 38 und Florida mit 29 sind auch noch sehr stark vertreten, wohingegen es viele Staaten gibt, die im einstelligen Bereich sind. Oder Washington, D.C. hat nur drei Wahlmänner und drei ist auch die geringste Anzahl, die man überhaupt haben kann. Wie bestimmt jetzt sich diese Zahl an Wahlmännern? Da gibt es im Grunde eine ganz einfache Formel für. Die Anzahl der Wahlmänner eines Bundesstaates setzt sich zusammen aus der Anzahl der Vertreter im Repräsentantenhaus des jeweiligen Bundesstaates plus die Anzahl der Senatoren. Die Anzahl der Senatoren, das ist relativ einfach, ist für jeden Bundesstaat gleich zwei. Und die Anzahl der Vertreter im Repräsentantenhaus setzt sich zusammen aus den 435 Wahlbezirken. Und diese Wahlbezirke selbst werden gebildet aufgrund der Bevölkerungsanzahl. Das heißt, dass letztendlich diese Gesamtzahl an Wahlmännern abhängig ist von der Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsstärke der Bundesstaaten. Also Alaska ist ja relativ bevölkerungsarm im Vergleich zu anderen Gebieten der USA und erhält deswegen nur drei Wahlmänner. Kalifornien ist das bevölkerungsreichste Gebiet der USA und erhält deswegen auch die meisten Wahlmänner mit 55. Washington DC, weil es ja eigentlich kein Bundesstaat ist, erhält drei Wahlmänner. Und zwar wird Washington DC jetzt so behandelt, als wäre es ein Bundesstaat. Dann würde Washington DC ja automatisch zwei Senatorenstimmen haben und würde dann noch entsprechend der Bevölkerungsanzahl mindestens einen Platz im Repräsentantenhaus haben. Washington DC darf nicht mehr Plätze im Repräsentantenhaus haben, also nur virtuell, das ist ja nicht real, als das bevölkerungsärmste Gebiet. Das wäre Wyoming. Washington DC hat also folglich nur drei Wahlmänner, die am Ende gestellt werden. werden.